Jetzt muss ich mal alles sammeln, hier. Habe ich doch relativ viele wiederhergestellt in kurzer Zeit. Ja, es geht grad wieder, gell? Ja, weil er sie grad nicht vernichtet hat. Ich stell generell relativ gut eigentlich her. Ja, ne, es kommt grad nix mehr, merkst du was? Entweder baut er was übelsböses auf, oder? Ja, das ist ein Trauer. Trauer, ja. Und seinen Kollegen. Oh, ich bin mal wieder unter 9000 Rohstoffe gekommen. Geber. Ich werde hier mal jetzt wieder angreifen. Ich glaub fast, dass der, den wir grad zerstört haben, am meisten Probleme gemacht hat. Keine Ahnung. Schau dir das an, es kommt nix mehr. Na, also mir hat am meisten Mordor Probleme gemacht. Und... Oh, ja, der kommt grad. Komme, mit meinen Wax. Na, mal schauen, das dürfte nicht gehen. Das dürfte ich weggehen. Uhuhuhu, doch, da kommt einiges. Aber ich hab noch das da, ey. Oh, ja. Lebt meine Wax noch? Nö. Keine Ahnung. So, glaub mal. Maulheiten, du jetzt ist da. Aber hallo. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt kann man... Ja. Jetzt kann man sie jeden für sich... ... undreift. Oh, der Blitz hat reingehauen. Vorwärts! Elven mitlässt in ihre Gebäude! Ach, ich hab voll... voll bekommen. So schön. Überrennt, überrenn'se, überrenn'se, hopp, dock. Äh, Gebirgslößen kann man nicht überrennen, oder? Nein. Beschiss. Sein mir gehofft, hehehe. Weil der kann ja alles überrennen, aber ne, er kann doch nicht alles überrennen. Wir müssen Mittelerde beschützen! Der kann ja gar nix! Elven mitlässt! Wir müssen Mittelerde beschützen! Vorrücken! Oh, der mit seinem Stampfer! Jetzt geht's vor! Wir müssen wachsam bleiben! Weiter! Aber der ist jetzt wesentlich schwächer, der Mordor. Ja. Seit der weg ist. Das versteh ich nicht. Sind die so hart aneinander gekoppelt? Der hatte beschützt! Wir haben ein neues Gebäude! Weil vorher, der... Das war schon ein Morder, der die ganze Zeit bei mir ankam. Jaja! Wer ist denn jetzt weg? Angma! Mach schnell! Ja, der... Der kam überhaupt nicht bei mir an. Vorwärts! Scheißdreck hat der gemacht. Ach, kann man sich da auch machen. Wir machen dieses Gewicht! Wir müssen aufs Land verteilen! Das ist irgendwie komisch, ja? Der voll drückt vor! Ich kenne die ganzen Fläger! Mann, Saruman bräuchte unbedingt Führerschaft. Das wär richtig. Extrem. Solche Stemeliiczke guy hat pai hat sich aufost auf, eben. engaged Musik Tommi Bommi Tommini Tomm Dingspums der Tom Bomben-Dingsbumster. Komm mal her, du. Tom Bomben-Bumster-Ding. So, jetzt pass mal auf hier. Es ruckelt gerade wie Sau. Wenn mir ruckelt es auch. Ich lass mal regnen. Vielleicht ruckelt es auch nicht mehr. Nicht dran. Wie er mit Drachen reinkommt, das ist ne Frechheit. Oh, ich hab vier Baumeister. Das Gebäude muss fallen. Ich kenne diese Gegend. An die Waffen! Wir müssen ihn streiten! Wir wissen auch, dass er beschränkt! Da kannst du heim. Nö. Da. Toll, freut mich. Alter, jetzt kommt er da ganz schön nach. Beim Verteidigen ist er dann trotzdem ganz gut. Moment, ja. Ey, da greift mir nen Schmerzwurfen an. Oh. Wie gemein. Alter, wie weit ich da laufen muss, ey. Zum Kotzen, ey. Bleibt die Sau direkt davor stehen. So, ich glaub, der ist ein Lüber. Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Alter, guck du mal die Festung von dem Mordor her. Zu gebastelt. Guck ich's nochmal an. Ja, extrem. Nicht schlecht, ne? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Der geht ja echt ab, ey. Ja, ja. Trinkt mich voll zurück, ey. Krass. Und der rennt auch auf. Hey, ich bin auch nicht durchgekommen. Wer hat das denn gemacht? Ich hab mich schon gewundert, ey. Wie du denn so leicht wegkriegst bei dir. Ach, mit seinen scheiß Mini-Spinnen. Seid wachsam. Vorrücken. Haltet die Augen. Los, heil dich, los. Das heil ist nicht schlecht eigentlich beim Sharko. Na dann. Mach mal. Hä? Alter. Alter, der Glofin lebt ja von ja immer noch. Nein, nein, der halt nur sich. Ich finde das Ende. Boah, kann ich nicht. Boah, kann ich nicht. So, kann ich mir mal am Arsch legen. Weicht eben aus. Hier. Seid leise. Folgt mir. Aufschließen. An die Waffen. Was dran's bauen, Brüder? Vor mir jetzt, vor mir jetzt. Angado Heinz. Angado Heinz. Angado Heinz. Angado Heinz. Glorien schickt seine Böh. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir bringen Stille. Haltet die auf! Sie greifen an! Sie kommen aus Lügen. Das Böse ist über das Land gekommen. Was, 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 was. Gemeinweißt du hast ne Riesentruppe? Ja, sagst du jetzt schon, dass du schnell da hingehen verklickst, ich merkst es nicht alle in die Gefästung rein. Alles weg! Und dann hast du wieder Rohstoffe. Ja, das insgesamt ist ein Verlustgeschäftsverlust. Ich zeige euch den Weg. Bleib wachsam, Elben. Elben mit Lanz. Nein. Seid ihr bescheuert, oder was? Ja, Mann. Echt, meine scheiß Lanzenträger, ja? Da geht der Gebirgsgröße direkt drauf zu, ja? Wer gleich tot, sie gehen vor ihm weg. Dann bleiben sie stehen, er merkt's und trampelt auf sie drauf. Fast eine Gruppe weg. Wie kann man so blöd sein? Ernsthaft, also schlechteres Timing, wäre echt nicht möglich. Ah, Lutz ist tot. Ich hau ab, ich geh hinter deine Reihen wieder. Tschüss. Wart, einmal geh ich noch rein. Das ist wie das aussah. Ich hab mich um entschieden. Ach, nochmal. Was machst du da hinten, ey? Du bist ein Freund. Ihr Freund. Wir müssen aufbrechen. Die Schlacht hat begonnen. Wir müssen uns sammeln. Beide los. Er stirbt. Ruu. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Äh? Hat der nicht mehr so... Hat der seine Festung nicht mehr? Doch. Gut, jetzt können wir dann gezielt angreifen. Ich hab' ihn auf dem Säcke. Keinen Entkopf. Mähti nieder bringt sie hier wir müssen unsere Heimat verteidigen so wir müssen ich komme ich komme nicht ich komme die 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 der Olifant ist ja übelst ja Olifanten sind übel bildet rein Bogenschützen macht euch bereit Elben Feuer konzentrieren Elben Pfeile los wir sind wir sind die Feuer konzentrieren Feinden ausschauen bleib klein jetzt fäck ich dich ja mach ich auch ich bin da ich kenne dich entgegen macht euch bereit Elben ich kann auch einen Drachenschlag wieder möchte ich mal anmerken was jetzt wird gejodelt gejauelt aber es kommen auch keine Helden mehr zum Glück ein Judelstädchen ach wir sind ja auf beiden Seiten das ist ja auch ganz gut da ist guck dir das an hm ach man das löst sich ja wieder auf Mendo ich habe den einen scheiß äh Troll äh versteinert aber das bleibt nicht endunfär Wie lang bleibt das? Keine Ahnung. Nicht lang. Auf jeden Fall ist es gerade wieder weg gewesen. Vielleicht eine Minute. Naja, das geht ja trotzdem. Ja, trotzdem. Ich dachte, die werden dauerhaft versteinert, wenn die ungefähr... Der Blau ist schon weg? Nee, ne? Nee. Aber gleich. Na, wobei... Wobei... Gleich auch wieder nicht so. Ich könnte jetzt mal den Dachenschlaft drehen. Macht's die scheiß Kampfkorn, der weg! Diesen Übel. Weg! Macht's den weg! Den noch. Den auch noch. Weil es direkt vor seinem Tod lässt er meine wieder fliegen. So, die Festung ist fast weg. All das ist weg! Aber ich hab schon wieder fast keine Truppen mehr. Und da ist schon wieder scheiß Gov Morg. Hat meine Helden umgebracht. Alter, Gov Morg ist so der Helden-Killer, ja. Gov Fick. So. Riesengarten hat ja nur vier Helden. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte mir, die hätten fünf. Ich glaube, das liegt vielleicht an, dass ich mit Held gespielt habe. Ja, stimmt. Vielleicht täuscht das ein bisschen. Also die Festung verliert jetzt grad gar nichts. Hallo, ich hab Feuerpfeile. Wieso verliert die Festung nix? Oh, endlich ist es mal so weit, dass wir das haben können. Steht schon mal. Fest, fast. Du machst das scheiß Ding da weg, ey. Na komm mal hin. Du machst mal so. Und dann machst du das. Ey, mein Zeug! Ich glaube, es hackt. Ey. Da kann das Katapult wegschubsen. Der Tom. Ich schlummt. Ne, das ist also richtig schön nach hinten. So drrrr. Drrrr. Ja. Das sah voll lustig aus, ey. Lasst euch nicht nach der Ruhe bringen. Bleibt wachsam. Ey. Hierher. Lasst keinen entkommen. Unsere Feinde kommen über uns. Macht euch bereit, Elb. Wir müssen wachsam bleiben. Greif halt an. Das Gebäude muss fallen. Ja, ja, mach das einfach noch. Mach das noch, mach das noch. Alter, der hat bei dir... Der ist ja unverändert. Ja, der hat sich wieder aufgebaut scheinbar. Ich habe ja auch meine Fähigkeiten bei dir reingehauen. Ah, ja, ja, ja. Stimmt schon, aber trotzdem. Ich meine, du warst da mit vielen Truppen bei ihm drin. Mit allem, was ich hatte. Eben. Ja, das war ja nicht wenig. Ich gehe jetzt nochmal mit meinen Truppen rein. Oder soll ich bei dir helfen? Ne, ne, ne. Ich habe den gleich. Boah, Wahnsinn. Mh. Macht die scheiß Kampfdrolle weg. So mache ich jetzt. So tue ich jetzt hier. Kannst du mir am Arsch lecken. Alter, ich habe verstärkte Speerträger und die kriegen ein Gebäude, was gerade gebaut wird, nicht klein auf die Schnelle. Ja, ich kann nicht sein. Boah. Boah. Wahnsinn. Schade. Was denn? Ich kann mich erheilen, indem ich einen gegen auf einen Typ fress. Leider kann ich keinen von deinen fressen. Sau, ich habe gewusst, du wolltest jetzt irgendeinen Scheiß machen. Wieso? Ja, wegen dem Schaden. Das wäre echt. Da war ein Baumeister. Baumeister. Ja. Er hat Hunger. Ja. Gleich mal ein Ding fressen. Alter, ist das jetzt ein Gemetzel hier. Und schau mal, hast du gesehen, wie stabil eigentlich die Festung war? Ja gut, aber die war verstärkt. Ja, trotzdem. Hm. Stimmt schon. Feuer konzentrieren, Elben! Aber die Enns bleiben eigentlich entlang. Die Enns bleiben entlang. Ja, schau, die haben jetzt immer noch drei Viertel oder ja, zwei Drittel ihrer Zeit. Ja. Und die machen auch relativ viel Garten. Ich habe die Fähigkeit regnen lassen gar nicht gebraucht. Also nur zweimal, aber auch nur, weil sie da war. Nee, die ist auch scheiße. Ernst, die... Ja. So, trotzdem. So einfach ist das. Also von dem her ist es voll für den Arsch. Voll für den Arsch. Ich fack mich auch, wie lange es gedauert hat. Oh, das hat lange gedauert. Aber ich habe auch scheißvoll gespielt. Ja. Weil es hätte ich Mordor oder sowas gespielt, wären wir, glaube ich, schon längst fertig. Wow. So, jetzt schauen wir mal kurz. Bei mir dauert es einen Ticken länger, bis ich da drin bin. Das ist nicht schlecht. Okay, das ist die Fuß. Das ist eindeutig. Die hatten extrem viele Gebäude. Rohstoffe. Ja. Lass mal entfielen, ey. Ja. Warum hast du dich nicht benutzt, ey? Habe ich doch, aber da wurde ich gerade nicht angegriffen. Naja. Ich verstehe es einfach nicht. Weißt du. Alter, wir haben ja fast gleich viele vernichtet. Knapp 12.000. Knapp 12.000 ist nicht schlecht, finde ich. Alter. Ich weiß nicht, ich habe am Anfang ja viel weniger vernichtet. Ja. Als ich dann da vorne war mit dem Bogenschutz. Ja, ja. Alter, da muss ich so viele vernichtet haben, weil ich habe Stufe 5 oder so. halt bei einem Boni gehabt. Und dann habe ich die vorgeschickt und dann... Mh, 26. Alter. Ringkunde, ey, auf einmal, gell? Ja. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Platt wieder, würde ich sagen. Genau. Wenn es wieder heißt, Schlacht im Mittelalter 2. Bis dann. Tschüss. Tschüss.